Ultra, Mega, Hyper viel Wasser holt den Ball. Das ist ein Riemen. Hallo Halli, ich bin's wieder! Flipperstein, Schmatz, der rostige Knack aus dem alten Städtchen der Lenkbrach im Riemenwald. Ich habe mir gedacht, heute zeige ich euch mal live, wie das so aussieht, wenn es noch Wasser gibt. Das ist ja nicht mehr so oft und wer weiß, ob es jemals wieder kommt. Darum hört ihr mich auch so schlecht. Schaut euch das mal an. So schaut das aus. Ultra, Mega, Hyper viel Wasser. Wir sind hier in Emmersdorf, in von und zu Neulenkbach. Und ich zeige euch auch noch die Brücke, dass es nicht so reicht, ob es gescheit ist, auf die Brücke zu gehen. Aber wir machen das jetzt einfach mal. dass es nicht so leicht ist, dass er hier ist. Ich zeige euch mal ande ich habe auch noch die Brücke zu sehen. Ich erschöne euch mal an. Ich eröffne euch mal an. Ich rauche mich an. Ich geh mal an. Ich kann das Feuer lassen lassen. Ich bin es. Ich geh mal an. Ja! Das ist ja kumpf! Da stehen Pflüger waren dabei! Ist auch super, oder? In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis hier und dann... Rügel! Der Kindergarten!